Hallo liebe Camper. Einen wunderschönen guten Tag aus Dinkelspül. Ich habe einmal wieder ein Video zu zeigen. Wir haben hier einen Kastenwagen verarbeitet und wollt euch mal teilhaben lassen, was wir jetzt hier wieder alles gemacht haben. Zum einen haben wir hier verbaut eine Gladensoundanlage. Also das heißt, wir haben die Originallautsprecher rausgebaut und haben hier neue Gladensoundsprecher eingebaut. Wir haben hier die Hochtöner geändert und wir haben hier unter dem Sitz noch einen Alpine Subwoofer verbaut, damit wir dementsprechend einen richtig guten Klang herbringen. Der Radio, der ist geblieben, den haben wir nicht verändert. Aber natürlich passend hier im Lüftungsschacht, seitlich am Radio, haben wir natürlich noch einen Verstärker verbaut. Einen Moscuni, damit dementsprechend den Piccolo, Pico 2 heißt er genau, damit wir hier noch einen anständigen Sound zustande bringen. Und wenn wir hier mal einschalten, also das kann man sich jetzt echt hören lassen, vor allem mit dem Subwoofer, da kommt richtig Wumms rum. Also das macht richtig Spaß. Das kommt natürlich hier jetzt nicht so rüber. Ja, also da passiert jetzt richtig was. Das macht richtig Spaß. Das haben wir alles so angeschlossen, damit wir natürlich dementsprechend einen richtig guten Klang haben. Was haben wir noch gemacht? Wir haben natürlich auch wieder mal unsere ganze Elektrik hier überarbeitet. Das ist ein wunderschöner Knaus-Box da. Also echt ein tolles Auto, muss man sagen. Und hier haben wir natürlich auch noch ein bisschen was verbaut. Eine 200 Ampere Lithium-Batterie, Liontron, mit. Hier haben wir die ganzen Sicherungen verbaut, wie wir sehen, damit das alles sauber anliegt. Und da haben wir einen Hauptschalter verbaut. Hier natürlich wieder unseren Masseverteiler, weil da ziemlich viel Kabel anliegen. Das geht natürlich nicht, damit das richtig sauber alles funktioniert. Und dann haben wir hier oben in der Nische da hinten unseren Verstärker noch genutzt. Verstärker, Quatsch, unseren Wechselrichter verbaut, damit er an Bord 230 Volt hat. Mit der Netzvorrang-Schaltung, die haben wir auch da hinten verbaut, damit das alles nicht so viel Platz wegnimmt und man kann hier noch richtig was unterbringen. Und was beladen. Das war uns ganz wichtig. Auch der Hauptschalter hier schön zugänglich. Zack, umdrehen, alles aus. Alles natürlich wieder mit Schutzrohre, damit das alles sauber ausschaut. Extra Halterung gebaut für die Batterie, damit die richtig bombenfest sitzt. Das ist natürlich ganz wichtig bei solchen Fahrzeugen, dass die sich verselbstständigt bei einer Notbremsung und hier alles zusammenschlägt. Also das ist hier auch ein Winkel hingemacht und ein Bügel komplett drum herum, damit die nicht hupft und nicht springt. Damit das alles hundertprozentig fest sitzt. Das ist ganz wichtig, damit das immer alles passt. Dann haben wir hier den Ein- und Ausschalter vom Wechselrichter. Hier haben wir den Gaswarner. Der soll ja meiner Meinung nach oder vielen ihrer Meinung nach in Bettnähe sich befinden. Viele bauen dann am Eingang, finde ich persönlich immer ein bisschen Quatsch, weil er soll mich ja warnen, wenn ich hier im Bett liege und schlafe. Und dann soll er mich natürlich schützen vor den Gasen oder Gas auch hier gerade, wo hier das Gas vom Fahrzeug untergebracht ist. Wenn man hier ein Leck hat oder wie auch immer, dann soll er natürlich schnellstmöglich anspringen. Nützt mir natürlich nichts, wenn er vorne am Eingang verbaut ist. Ich habe hier ein Gasleck, schlafe gleich drüber, dann bringt mir das herzlich wenig. Also macht für mich das nur Sinn, hier am Bett, weil das der einzige Moment ist, wo ich natürlich nicht Aufmerksamkeit dem Ganzen schenken kann, weil ich tief und fest schlafe. Passend zu der Lithium-Batterie, weil wir hier die verbaut haben, haben wir natürlich hier auch noch ein Ladegerät gewechselt. Wir haben hier ein Victron-Ladegerät eingebaut, wo die Lithium-Kennlinie sauber fährt, damit das auch kein Thema ist und dementsprechend alles sauber funktioniert. Dann haben wir zusätzlich, wie immer, für den Wechselrichter einen EFI verbaut, damit es auch sauber ordentlich ist. Und ja, das glaube ich kann Sie sehen lassen. Es wird alles sauber ordentlich verkabelt, verbaut und funktioniert. Der Kunde kann jetzt Spaß haben damit. Hier kann er seine E-Bikes laden, Kaffeemaschine benutzen, alles was das Herz begehrt. Und so schaut das Fahrzeug aus, alles schick. Dann haben wir zusätzlich hier im Gehäuse vom Gas noch einen Monocontrol verbaut. Aber die Monocontrol immer beachten, wenn er die verbaut, immer mit Filter, weil Truma sonst keine Garantie übernimmt. Also das ist auch ganz wichtig, dass immer der Filter mit ansitzt, weil sonst über diese Duocontrol oder Monocontrol leider Gottes keine Garantie herrscht. Macht auch Sinn, weil leider die Gasinhalte in den Gasflaschen immer schmutziger waren, viele Öle drin sind und da macht es schon wirklich Sinn, wenn dann auch dementsprechend ein Filter hervorgehängt wird. Weil ja, da kann man einfach entspannter sein, da passiert nichts. Die Düsen verstopfen nicht vom Kühlschrank oder vom Kochfeld, wie auch immer. Und das ist einfach angenehmer. Jo, das haben wir bei dem Auto gemacht und die Woche war ziemlich turbulent. Da zeige ich euch gleich noch den Nächsten, was wir da alles verbaut haben. Und da hole ich euch gleich wieder dazu. Bis gleich! So, nun haben wir hier den Nächsten WAN Kastenwagen. Einen Hümer in Schwarz, die Schwarz Edition. Also der schaut richtig cool aus und mit schönen schwarzen Felgen. Und was haben wir hier alles gemacht? Hier haben wir auch einen Wechselrichter 1500 Watt von der Firma Büttner verbaut. Natürlich auch mit Netzvorrangschaltung. Das machen wir eigentlich immer so. Also ich verbaue die gar nicht anders, weil alles andere ist Quatsch. Eine anständige Netzvorrangschaltung ist eigentlich ein Muss, weil man muss ja gewährleisten können, dass man auf alle Steckdosen Spannung hat. Den haben wir hier verbaut. Schön sauber. Und dann hier hinten ist die ganze Elektrik. Wir haben jetzt hier rechts nur im Eck, da sieht man das kleine Kästchen, hier. Da haben wir unsere Netzvorrangschaltung reingemacht und haben die dementsprechend umgesteckt. In dem Fall haben wir einen Kompressor-Kühlschrank. Das heißt, wir mussten nur das Ladegerät ausschlaufen und sonst nichts. Das funktioniert wunderbar. Und ja, so schaut es aus. So haben wir das hier gemacht. Machen wir hier die Decke wieder zu. Dann haben wir, wie gesagt, hier den Wechselrichter. Der hat 1500 Watt Towerleistung. Also für das, was die meisten Kunden hier bei uns verlangen, um mal eine Kapselmaschine zu betreiben und mal kurz einen Föhn anzuschmeißen, ist der natürlich ausreichend. Er hat natürlich keine 2500 Watt Spitzenentnahme. Das schafft er nicht. Aber für die meisten Fälle reicht er auch vollkommen aus. Ist halt eine schöne Preisalternative zu anderen Kombigeräten. Wobei ein Kombigerät natürlich schon auch nicht schlecht ist. So, hier haben wir wieder eine Untersitz Liontron verbaut mit 200 Amperestunden. Natürlich wird er unseren speziellen Halter hier oben gefertigt. Ihr seht hier eine schöne Winkelschiene eingepasst, damit er richtig sauber festhält. Schön verschraubt alles, damit die Batterie keinen Zucker mehr macht. Damit die richtig fest ist. Das ist eigentlich das A und O. Dann haben wir hier einen Andersson Stecker verbaut. Warum haben wir den verbaut? Der Kunde hat schon eine Solaranlage am Dach. Wollte die aber mit einer weiteren Solartasche erweitern. Somit haben wir hier einen Andersson Stecker verbaut und einen zweiten Solaregler. Dann klipst er hier nur an, kann sich die Tasche nach außen ziehen und somit lädt es automatisch mit. Also auch keine schlechte Idee. Da ist man auch ein bisschen flexibel. Weil man ja doch manchmal in der Sonne parkt. Also in der Sonne parkt hätte ich schon fast gedacht. Also in der Sonne im Schatten steht. Und dann lädt natürlich die Solaranlage am Dach nicht wirklich. Und darum eine Solartasche, die er dann noch separat anschließen kann. Dann ist das eine saubere Sache und dann passt es. Ja, was haben wir noch gemacht? In dem Fall haben wir den Radio nicht verbaut. Der war schon verbaut. Das ist der Zenec. Ein tolles Gerät auch. Und er hat ja aber keine Rückfahrkamera. Und wir haben jetzt noch von der Firma Dometic die zweiäugige Rückfahrkamera hier oben hin montiert. Die sieht man hier recht schick. Ich nehme die gleich mal näher ran. Jawohl. Das ist ganz toll. Weil da geht nämlich eine Kamera nach unten. Zum Einparken ist die ganz hilfreich. Und die andere nach hinten. Die kann man als Rückspiegel nehmen während der Fahrt. Also das ist eigentlich auch eine ganz tolle Sache. Das ist richtig schick. Die haben wir hier verbaut, weil der Kunde das so gewünscht hat, dass er auch nach hinten dementsprechend eine schöne Sicht hat während der Fahrt. So, hier haben wir seine alte Batterie hingestellt und alten Solaregler. Dann haben wir natürlich auch noch eine Duo-Control hier verbaut mit zwei Filtern. Einmal Crash-Sensor und einer automatischen Umschaltung. Plus zwei Gasfilter. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Die sind unbedingt Pflicht. Also was heißt Pflicht? Aber sonst haben wir halt keine 5-Jahres-Garantie. Das ist ganz wichtig. Die haben wir hier mit verbaut, damit auch von Truma die Gewährleistung und die 5-Jahres-Garantie ist. Wie funktioniert das ganze Thema? Eigentlich relativ simpel. Wir haben hier, ich gehe mal hier rum, einen Drehknauf. Also hier haben wir einen weißen Strich. Ihr seht's. Dieser weißer Strich wird auf die Flasche gerichtet, die als erstes angefangen werden soll. Also den tun wir jetzt mal nach hinten. Das heißt, er liegt auf dieser Flasche. Wenn wir die nun aufdrehen. Jetzt sind beide Flaschen aufgedreht. Dann drückt man hier auf den Knopf. Dann springt es auf grün. Dann drücken wir hier auf den Knopf. Jetzt sind alle bereit. Und jetzt wird die Flasche als erstes verbraucht. Wenn diese Flasche leer wird, springt der Automat hier auf rot. Und springt automatisch um und entleert dann hier die zweite Flasche. Jetzt wisst ihr ja, wenn das auf rot steht, die Flasche ist leer. Also muss ich die Flasche austauschen. Die wurde schon angefangen. Dann drehe ich einfach mein Hebel hier rüber mit dem Pfeil auf die. Weil die dann wieder die erste Flasche ist, wo verbraucht wird. Die wird erneuert. Ich drücke hier wieder drauf. Und dann springt es wieder auf grün. Und so kann man das immer hin und her switchen. Und kann das dementsprechend ablesen, wann denn diese Flasche, wo gerade im Gebrauch ist, auch wirklich leer ist. Also relativ simples System. Und hier haben wir dann den Crash-Sensor. Ihr seht den gelben Schnorxel hier. Der springt raus bei starker Erschrutterung. Wichtig ist bei dem Schnorxel, dass man den reindrückt und leicht nach rechts verdreht. Wenn man den nur reindrückt, dann hält er für ein paar Sekunden, Minuten. Kann aber sein, dass er sofort wieder rausspringt. Also den muss man wirklich reindrücken und leicht nach rechts verdrehen. Der Grund ist auch dafür da, dass man diese Schlüssel hier hat. Und da ist nämlich hier vorne extra dieser Schnorxel dran, damit man hier reingehen kann. Und dieses auch gewährleisten kann und den dann reindrücken und leicht nach rechts drehen kann. Dass er dann auch hält, dass er eingerastet ist und dann funktioniert das Ganze auch. Mit diesem Crash-Sensor kann man während der Fahrt die Gasflaschen betreiben. Laut DRUMA so ziemlich in ganz Europa. Da kriege ich nur eine Aufstellung, wie viele Länder oder welche Länder genau. Es gibt zwar sicherlich Länder, die das nicht ganz so akzeptieren. Aber die meisten in Europa werden es wohl akzeptieren. Und das ist eine tolle Sache. Denn ich kann jetzt während der Fahrt, wenn ich einen Absauberkühlschrank habe, auch meinen Kühlschrank betreiben. Oder wenn man, keine Ahnung, eine Heizung hat, es ist kalt, dann kann ich natürlich auch die Heizung während der Fahrt betreiben und so weiter. Ist eine ganz tolle Sache. Jo, das Auto haben wir auch abgeschlossen. Hier sind wir auch fertig. Tolle Geschichte hier mit den ganzen Schubkästen. Also der gefällt mir. Das ist ein Längsschläfer. Also schaut richtig toll aus hier. Also der gefällt mir richtig gut. Bietet hier richtig Stauraum noch. Richtig schöne Sache. Hier haben wir den Wassertank verbaut. Also gefällt mir gut das Auto. Den haben wir fertig. Der wird am Montag abgeholt. Wird wieder dem Kunden übergeben. Und genauso wie den, wo wir heute als erster schon mal abgefilmt haben. Der wird auch den Kunden wieder übergeben. Der ist auch fertig. Und ja, so kommt eins zum anderen. Nächste Woche haben wir wieder was Schönes Großes da. Da machen wir wieder Solaranlage und richtig Action. Da haben wir sogar zwei Solaranlagen, wo wir machen. Einmal auf dem Kastenwagen und einmal auf dem Vollintegrierten. Wird wieder spannend. Da hole ich euch wieder dazu. Und ja, in dem Sinn war das jetzt hier ein kurzer Überblick. Was bei Mika in der Werkstatt so passiert. Wir haben es schon dunkel draußen. Ihr seht es. Samstagabend. Ich mache jetzt dann Feierabend. Und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Das Wichtigste bleibt gesund. Und ja, passt auf euch auf. Damit wir vielleicht mal losfahren können. Eins möchte ich vielleicht nur dazu sagen. Bei uns hat sich was Neues ergeben. Wir sind jetzt von WCS Produktpartner. Das heißt, ich darf auch die Produkte zum größten Teil von WCS mit anbieten, verbauen. Also ihr kriegt auch WCS Produkte von uns. Natürlich auch in der gewohnten WCS Qualität. Das muss man ganz klar dazu sagen. Weil das die original WCS Geräte sind. Vom Götz in Goch. Und die bieten wir ab sofort an. Die können wir ab sofort beim Götz bestellen. Und dürfen die auch dementsprechend verbauen. Durch Corona ist es uns leider nicht möglich, mal zur WCS zu fahren. Weil wir werden da auf alle Fälle noch hinfahren. Da kriegen wir auch noch für spezielle Geräte dementsprechende eventuelle Einbauschulungen. Damit wir auch natürlich euch gewährleisten können. Damit absolut der gleiche Qualität stand. Das möchten wir unbedingt. Weil WCS hat sich da was ganz tolles aufgebaut. Und auch das wollen wir halten. Das ist natürlich ganz klar. Wenn wir schon die Ehre haben, dass wir auch die Geräte mit anbieten dürfen. Und mit verkaufen können. So, in dem Sinn wünsche ich euch jetzt abschließend wirklich einen schönen Abend. Und noch ein schönes Restwochenende. Einen wunderschönen Sonntag. Vielen Dank für die tollen Likes. Und für die super Abonnenten. Das ist echt toll von euch. Da möchte ich mich nur mal ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Ist alles nicht selbstverständlich. Mir macht es riesen Spaß. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. Und euch interessiert es, was ich euch so zeige. Und wo ich euch teilhaben lasse. Und bei Anregungen, Wünsche gern durchfunken oder durchschreiben. Dann können wir auch mal andere Themen angehen. Aber ich glaube, dass das schon ganz gut ist, was wir machen. Und in dem Sinn wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend. Macht's gut. Bleibt's gesund. Und bis bald. Grüße aus den Gesbühl. Ciao, ciao. 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 Ciao.